Ja, dann schlage ich vor, wir gehen rein. Der Bürgermeister ist sicher auch noch am Leben. Nein, er ist doch nicht am Leben. Wir drehen wieder um. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir? Irgendwo im Westen. Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Genau. Ab nach Hause. Selber schuld. Gehe ich alleine. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Oh. Ja dann, das erleichtert meine Entscheidung. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht. Zeig es mir. Ja genau, ich zeig dir meins. Zeig mir deins. Oh Gott. Oh. Ups, was? Ups. Warst du letzte Nacht auch schon? Oh Gott, schnell. Zeig mir deinen Arm. Ich muss mir meinen Panzermann abwaschen. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Verständnis. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also, bring sie zu Tommy. Oh, shit. Oh. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit. Aber ihr müsst hier weg. Was? Sie sollen dich einfach hier lassen? Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ali. Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Du bist schuld. Hm, schöne Misere. Wir wissen, dass ihr darin seid. Komm weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Aber andererseits... Nee, da wär... Ich glaub, da ist noch was gelegen. Oh, verdammt. Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Wollte doch noch den Raum looten. Warum stirbt sie da? Stopp. Die stirbt sowieso. Stein, wir müssen weg. Wir müssen weg, aber... nicht gleich. Die warten noch auf uns. Wie ist der? Was haben wir denn hier? Ein Lappen. War das, glaub ich. So, darauf oder darauf? Nee, darauf nicht. Falsch. Jetzt läuft es auf einmal schneller. Was drauf ankommt. Die Soldaten sind mir irgendwie lieber. Die sind dümmer wie die Zombies. Kann ich das auch nehmen? Würde es gerne auf jemandes Schädel zertrümmern. Ah, zwei nur? Oh. Viel Zeit hat sie uns nicht verschafft. Oh. Da war es um Tess geschehen. Sie sind durch. Man könnte hier von oben... Sie werden bald hier sein. Kann ich da nicht runterhüpfen auf... Sie werden bald hier sein, ja. Oh, scheiße. Sie sind... Sie sind schon hier. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war nicht... Gut, ich dachte, ich hätte genug Zeit. Wie wechsle ich die? So. Aha, sie haben mich nicht mehr. Wo zur Hölle steckst du? Sie haben mich aus den Augen verloren. Praktisch. Wenn du ihn verlässt, mach ich dich fertig. Soldat getroffen. Weiter tun. Mann getroffen. Nein, ich hatte ihn. Das ist unfair. Ich hatte ihn. Nur weil sich das Arschloch nicht umdreht. Schaut in die Richtung. Ich will in die andere, bitte. Schau, er schaut immer nach... Was ist denn das für eine bescheuerte Steuerung? Und Ellie, das Arschloch... Geh aus dem Weg! Oh, Gott. Schau, wieso schaut er in die Richtung, bitte? Kannst du mir das erklären? Wenn die Musik da drüben spielt. Oh, Gott. Ich will in die Hosen gegangen. Das wäre doch gar nicht so schwer gewesen. Und das vollidiotische Blödbalk ist immer im Weg. Immer. Oh, Gott. Und er boxt in... Er boxt in... Er übt lieber Schattenboxen. Ja, bitte. Ich werde das neu starten. Völlig hirnrissig. Ich werde hier noch mal schauen, ob da was ist. Dann werden wir sie eben ausschalten. Ah, da ist was. Ja, wir gehen ja eh. Irgendwann mal. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh. Ah, da kommt einer. Sie sind zu dritt. Die sieht er nicht. Oh. Oh. Okay, dein Deck. Ja, aber es nützt ja nichts. Oh. Sagst du jetzt? Äh. Habe ich noch? Ja. Oh. Den werde ich manuell erledigen. Habe ich noch einen Ziegelstein? Ja. Machen wir es mit dem Ziegelstein. Schau, wie der blöd schaut. Ich könnte ihn ablenken, hm? Ich glaube, der ist wirklich so blöd und lässt sich ablenken. Ja, er ist so blöd. Wow, war der blöd. Er hat sich wirklich ablenken lassen, obwohl zwei tote Kameraden vor seiner Nase liegen und er weiß, dass ich da drin sein muss. Oh Gott, oh Gott. Künstliche Stupidität in Reinform. Ich glaube fast, es wird sich auszahlen, nochmal runter zu gehen. Pillen. Und ein Band. Endlich. Jetzt kann ich mal. Nein, kann ich immer noch nicht. Oh Gott, ich kann immer noch kein Messer herstellen. Und wieso verlieren die keine Munition? Die hatten doch Waffen bei sich. Unlogisch. So kann man den Schwierigkeitsgrad künstlich hochdrehen. Indem man ganz einfach unlogische Sachen veranstaltet. Sind da noch mehr? Oder sind das alle gewesen? Ich glaube, ja. Sie hat zwei erledigt. Das hatte auch eine Waffe. Ich weiß es doch. Kann ich sie nicht looten? Nee, ich kann nicht mal in die Nähe von ihr. Die lassen mich nicht. Damit ich nichts perverses mit ihr anstelle. Wahrscheinlich. Ey, vorhin hat es aber anders daraus ausgesehen. Okay, das war Zeitverschwendung wieder mal. Hätte mich auch gewundert. Zumindest läuft er hier schneller. So, da kommt sicher der nächste Schub. An Soldaten. Soll ich sie auffangen? Nein. Aha, da liegt eine Flinte. Oder ein Gewehr. Eins von beiden. Was ist es? Okay, Gewehr. 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 Sechs Schuss Jagdgewehr. Ja. Mit Optik, oder was? Nein. Keine Optik. Und er zittert wie Espenlaub. Die wollen unbedingt, dass ich Pillen verschwende. Für die ruhige Hand. Den Gefallen tue ich ihnen aber nicht. Ich spare auf Gesundheitsupgrade. Gewehr. Uhu. Was machen wir? Du bleibst zurück und stehst mir nicht im Weg um. Kommt alle einzeln, bitte. Wir gehen zurück. Gleich hier. Warte auf dich. Die kommen da nicht rein, oder was? Was ist denn das für eine Musik? Ah. Ist ja gut, okay? Hier wirken. Dann zieht ihn keiner. Oh, Scheiße. Was? Das war knapp. Nein, das war nicht knapp. Das war absolut problemlos. Einer ist da rein. Wo ist das für ein Ding? Sucht er unten? Wo unten? Wo unten? Ist kein unten. Such dir doch deine eigene Deckung, der Trampel. Wo ist der Typ? Gleich hier. Oh, Schöße. Los, komm nachschauen. Du hast gerade einen Kameraden verloren. Siehst du das nicht? Ich werde dich finden. Ich stehe genau vor dir, du Depp. Wo ist der Blödscher? Ist der doof? Ziemlich eingeschränktes Sichtfeld, würde ich sagen. Habe ich noch was? Nein, ich habe wieder Flasche. Jetzt kommen sie eine nach dem anderen. Jetzt wäre natürlich ein Lauschangriff perfekt, aber mache ich jetzt nicht. Ja, und das mit den Begleitern hätten sie anders lösen müssen. Ich meine, dass die einfach unsichtbar sind, ist irrenrissig. Soll ich lauschen? Ah. Ich würde Zeit sparen. Da ist mal keiner. Wo war der? Bleib bei mir. Na los. Ah, da ist er. Freide ich um? Wo zur Hölle steckst du? Hat das jemand gehört? Meine Flasche ist zu Bruch gegangen. Egal, da liegt noch eine. Zweite. Waren das jetzt alle? Ich nehme lieber den Ziegelstein. War das der, der da wache stand? Ja, ich glaube. Hm. Schönes Rathaus. War das mal. Muss man sagen. Pillen. Immer nur Pillen. Wieso keine Bänder? Scheiß auf Pillen. Doch kein Pillendreher. Ja, das war der. Siehst du? Ah, jetzt geht es wieder ans Absuchen. Und hier sind wir gekommen. Da brauche ich nicht mehr suchen. Ich schaue nochmal kurz da. Aber ich glaube nicht, dass da was ist. Würde mich stark wundern. Was habe ich schon? Alles schon vor mir gelotet worden? Lange vor mir. Keine Leichtschubladen. Keine Leichtschubladen. Nein, ich habe ja nichts gefunden. 35 habe ich. Ich brauche 50. Wohl Heiltempo. Heiltempo lasse ich mir noch einreden. Unter Umständen. Ich habe schon lange keinen Prügel gefunden. Hüpf. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Weiß ich nicht. Wir müssen durch den Gang. Oh. Okay. Ich auch nicht. Aber wir werden es gleich herausfinden. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.